Der Gesandte Allahs sagte, an dem Tag, als ich zur Nachtreise empor gehoben wurde, so habe ich wen getroffen? Ibrahim a.s. Er sagte zu mir, o Muhammad, grüße deine Gemeinschaft, die Muslime von mir. Und sage ihnen, dass das Paradies eine gute Erde enthält und süßes Wasser enthält. Und das Paradies wird bepflanzt mit la ilaha illallah, mit subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar.